Hoi, ich bin Donessa Schmid und ich komme aus Bern. Hoi, ich bin Sandra Schmid und ich komme aus Glabende. Wir spielen beide E-Shockey und im E-Shockey ist Fairplay sehr wichtig, dass es nicht so viele Verletzungen gibt. Keine Checks in Rücken, denn es gibt sehr schwere Verletzungen, die man zum Karriereentum machen kann. Ja, es ist auch noch wichtig im E-Shockey, weil dann gibt es ein gutes und schnelles Spiel und dann ist es alles spannend.